Dann, wenn es zur Sache geht, dann, wenn es klisternd wird, machst du dir den Druck, perfekt sein zu müssen und plötzlich bist du so blockiert, dass gar nichts mehr im Bett läuft. Ich zeige dir die fünf seltsamsten Denkgewohnheiten, die uns im Schlafzimmer wirklich blockieren können. Mein Name ist Nils Sture, ich bin Sexualtherapeut und Hypnotherapeut. Bitte abonniere den Kanal, teile und like das Video. Herzlichen Dank dafür. Der erste Gedanke, der aber viel Männern auftaucht, ist der sogenannte Performance-Druck. Das Gefühl, ständig abliefern zu müssen, kann eine enorme Last sein. Die Angst, den Erwartungen des Partners nicht gerecht zu werden, blockiert oft mehr, als dass sie hilft. Dazu ein Beispiel aus meiner täglichen Praxis. Ein Klient, nennen wir ihn einfach mal Thomas, war in einer Beziehung und fühlte sich extrem unter Druck gesetzt, perfekt sein zu müssen. Jedes Mal, wenn es zu einer intimen Situation kam, setzte er dich selbst unter so großen Stress. Dass er Schwierigkeiten hatte, überhaupt eine Erektion zu bekommen. Thomas hatte den Gedanken, dass seine Partner ihn dann nur akzeptieren kann, wenn er wirklich im Bett performen konnte. Doch in unseren Sitzungen lernte er diesen Druck loszulassen. Sich auf den Moment und auf die Verbindung zu seiner Partnerin zu konzentrieren. Als er den Fokus von Leistung auf die Intimität verlagerte, verbesserte sich seine sexuelle Schwingungsbreite ganz deutlich. Die Moral der Geschichte? Sexualität ist kein Wettkampf. Es geht nicht darum abzuliefern, sondern darum, sich zu verbinden. Den Moment im Hier und Jetzt zu genießen und sich feilen lassen zu können. Das bringt mich zum zweiten Gedanken, der Männer belastet. Es sind religiöse oder moralische Glaubenssätze. Manche Männer wachsen mit Vorstellungen auf, dass Sexualität etwas Schmutziges oder was Verbotenes ist. Tief verwurzelte Überzeugungen können auch später im Leben wirken und Erektionsprobleme hervorrufen und uns unbewusst blockieren. Es ist erstmal wichtig, solche Gedanken zu erkennen, zu hinterfragen, ob sie denn noch stimmen. Sexualität ist generell ein natürlicher Teil des Lebens, die drittstärkste Kraft im Leben und es sollte kein Raum von Schuld oder religiösen Schamgefühlen sein. Die dritte Denkweise, die oft auftritt, ist die Angst vor der eigenen Verletzlichkeit. Manche Männer haben Schwierigkeiten, sich in emotionalen, intimen Momenten zu öffnen. Die Sorge, nicht stark oder männlich genug zu wirken, blockiert sie. Aber wahre Intimität bedeutet auch, sich zu öffnen und sich verletzlich zu zeigen. Die Angst zu überwinden, sich einzulassen, ist ein wichtiger Schritt, um sexuelle Blockaden zu lösen und auf sich selber zu vertrauen. Ein weiterer häufiger Gedanke ist die Scham über den eigenen Körper. Viele Männer haben eine verzerrte Körperwahrnehmung von sich selbst. Sie denken, sie sind nicht attraktiv genug oder haben den falschen Körperbau oder vielleicht auch ein zu kleines Glied. Diese Unsicherheiten mit sich selber führen dazu, dass sie nicht richtig entspannen können. Immer gucken, ob alles richtig sitzt. Doch das Wichtigste ist, den eigenen Körper zu akzeptieren und sich in der eigenen Haut voll und ganz wohl zu fühlen. Und last but not least sind Schuldgefühle, auch Denkmuster, die Männer in sich tragen. Emotionale Lasten aus der Vergangenheit, die noch in der Gegenwart wirken und sie beeinflussen. Vielleicht gab es mal negative sexuelle Erfahrungen oder traumatische Erlebnisse, die dann wieder durch die sexuelle Situation reaktiviert werden. Es ist wichtig, sich mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen, die Ursachen zu lösen, die in der Vergangenheit entstanden sind, sodass man wirklich im Hier und Jetzt ankommt und es vollends genießen kann. Ja, das waren die fünf seltsamsten, aber häufigsten Denkweisen, die Erektionsprobleme verursachen oder verstärken. Während dir diese Muster bekannt vorkommen, möchte ich dir sagen, du bist nicht alleine damit. Es gibt Wege, solche Blockaden zu lösen und wieder Freude und Lust und Liebe an der Sexualität zu finden. Wenn du Unterstützung brauchst, stehe ich dir gern zur Seite. Einen Link zu unserem Kalender findest du in der Videobeschreibung. Komm auf uns zu und wir überlegen uns, wie wir es schaffen, dich wieder in eine erfüllte Sexualität zurückzubringen. Eine Reise, die sich auf jeden Fall lohnen kann für dich. Teile das Video, like es und abonniere unseren Kanal, um keine Tipps und Infos mehr zu verfassen. Herzlichen Dank, Daniels. Ciao, ciao.